Mit der Motorjagd vom Mittelmeer nach Rees am Rhein. Wie wir das geplant haben, was alles richtig scheiße lief, aber auch die richtig geilen Momente, die möchten wir hier gerne mit euch teilen. Das Objekt unserer Begierde war eine Ferretti 49, die wir im Internet gesehen hatten. Nach einigen Telefonaten hatten wir dann gesagt, alles klar, auf nach Empuria, das schauen wir uns mal vor Ort an. Was soll ich euch sagen? Wir haben das Teil gekauft, jetzt muss es eigentlich nur noch Rees. Das Kaufen und dann gucken, wie kommt der Karne jetzt nach Deutschland, wäre natürlich ziemlich doof gewesen. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld genau überlegt, wie das denn vonstatten gehen sollte. Der erste Gedanke war über Landtransport mit einer Spedition. Es gibt ein, zwei renommierte Unternehmen, die das auch machen und bei denen hatte ich mir auch Angebote eingeholt. Und der ganze Spass hätte ungefähr gekostet erst 15, danach vielleicht so ungefähr 20.000 Euro. So richtig festlegen wollte sich da auch keiner. Und da haben wir dann gesagt, für die Kohle können wir den Karne auch selber rüberfahren. Da kaufen wir allerdings noch das Abenteuer dafür ein. Was man bei der Planung alles unbedingt berücksichtigen sollte, da komme ich später noch drauf. Jetzt heißt es erstmal Auto packen und ab nach Emporia. Die Fahrt nach Emporia lief leider ein bisschen suboptimal, was die Dauer der Fahrt angeht. Eine Million Baustellen an allen Ecken und Kanten haben wir auf der ersten Fahrt nicht gehabt. Aber nach knappen 18 Stunden sind wir dann doch angekommen. Da lief dann wirklich nicht mehr viel an dem Abend. Wir haben das Boot noch aufgeschlossen, ein Bierchen aufgemacht, einmal nach links und rechts in eine Runde geguckt. Und dann ging es erstmal ab in die Abholung. Am nächsten Morgen, da sah die Welt dann schon wieder anders aus und geschlafen auf jeden Fall. Super Wetter, super Hafen. Emporia ist echt tippitoppi. Und wir hatten dann jetzt noch einen Tag Karenzzeit gehabt. Wir haben mit der Werft, die direkt am Hafen angeschlossen ist, vereinbart, dass die uns dann am nächsten Tag raussteppen. Und dann wird das Boot erstmal ausgekramt und dann schauen wir uns die ganze Geschichte erstmal ordentlich von unten an. Bis zum nächsten Mal. Wir haben dann da ungefähr, ich würde sagen, so eine knappe Woche im Trockendock gelegen bei der Werft Nautic Castello. Die ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Absolut super Kurse. Alles was wir mit dem besprochen haben, das ist doch wirklich so eingetroffen. Die waren pünktlich, die waren absolut hilfsbereit. Also die kann man wirklich nur weiterempfehlen. Und ganz super war auch auf jeden Fall, dass wir während der Zeit, wo das Boot auf dem Trockendock gelegen hat, konnten wir die ganze Zeit auf dem Boot auch wohnen. Wir mussten also nicht noch extra ein Hotelzimmer buchen. Alles Tip Top Aktion. Endlich war es dann soweit. Erste Probefahrt stand an, das Boot wurde wieder eingekramt. Auf den Moment, da waren wir auch richtig heiß drauf gewesen. Einmal zum ersten Mal den Kanal rauf, kleine Runde aufs Meer und dann zurück zum Liegenplatz. Hat auch so hingehauen. An der Stelle sollte aber auf jeden Fall mal erwähnt werden, dass wir da richtig dran angeschraubt haben an den Kahn. Sonst hätte alle nicht so geklappt. Nur um das jetzt alles im Detail aufzuzählen, dann würde der Film glaube ich drei Stunden dauern. Deshalb geschenken wir uns das letzte Mal nochmal. Wir haben dann noch so eine gute Woche Reparatur kaputt durchgeführt. Und dann haben wir fast täglich dann auch eine Probefahrt gemacht, um einfach daran sicherzustellen, dass wir ein gutes Gefühl haben. Und dass das Boot dann höchstwahrscheinlich auch im Mittelmeer durchhalten wird. Ja und dann war auch schon für uns Time To Say Goodbye angesagt. Alles war durchgeschraubt und für uns hieß es dann erstmal wieder Rückreise nach Germany. Ungefähr anderthalb Wochen später war es dann soweit. Unser Plan war die Tour zu vier zu machen. Micha und Moni wollten uns begleiten. Und wir haben gesagt, so ja, drei, vier Wochen sollten wir wohl in Rees einlaufen mit dem Eimer. Wir wollten an der Küste langfahren Richtung Marseille. Dann kurz vor Marseille in die Rhone. Von der Rhone in die Saarone. Und dann durch den Vorgesen Kanal. Ja, dass dann alles ganz anders kommen sollte, haben wir da noch nicht gewusst. So, jetzt sind wir kurz vor dem Punkt, wo wir gestern wieder oben, vorgestern umgedreht haben. So, wo der Sturm uns zurückgezogen hat. Der Drachenfels. Wenn wir den passiert hatten, ist alles gut. Hoffen wir mal. Super Wetter heute. Alles tutti frutti. Der Käpt'n ist gut drauf. Der Käpt'n ist gut drauf. Volle Fahrt voraus. In den sieht das auch gut aus. Jo. So. Eigentlich wollten wir ein bisschen schneller unterwegs sein. Aber wir haben ein Problem mit einem Wellenlager. Super. Deshalb müssen wir ein bisschen langsamer sein. In der Geschwindigkeit, die wir jetzt fahren, so 15 kmh ungefähr. Haben wir auf jeden Fall keine Geräusche, wenn wir schneller fahren. Und dann gibt es eine unangenehme Regiment. Bevor hier alles kaputt geht, fahren wir lieber ein bisschen langsamer jetzt. Dann kann die Drehs alles kaputt gehen, wenn da draußen Wasser ist. Und dann fahre ich heute mal kein Wasserski. Genau. Heute mal kein Wasserski hinter der Tirelli. Dann hatten wir uns eigentlich fest vorgenommen. Alles. So, wenn ihr mal auf die Drehzahlmesser guckt, werdet ihr feststellen, keine Drehzahl. Haben wir oben auch nicht. Irgendwas ist ja immer. War letzte Tage schon mal. Aber keine Zeit mehr gehabt zum Reparieren. Aber ich bin im Moment sicher, dass sich irgendwas dreht, weil wir fahren auf jeden Fall vorwärts. So, wir haben mal unseren aktuellen Kurs nochmal gescheckt. Unsere Position aktuell sind wir 42 Grad, 20 Minuten, 30 Sekunden Nord. Und 0,03 Grad, 19 Minuten, 9 Sekunden Ost. Wenn wir so weiter fahren, jetzt sind wir ungefähr 4,5 Stunden in unserem ersten Zwischenstopp Port Bacarees. Da schauen wir mal auf die Uhr, wie später dies eventuell fahren wir dann noch weiter zu Port Volkante. Und machen dann da unseren ersten Stoff für heute. Sonst würde ich sagen, läuft hier erstmal alles rund heute. Guck mal, wo Moni ist. Moni, wie geht's? Mach deinen Rücken. Alles klar, Moni ist heute mit Hexenschuss auch gestanden. Und fällt heute als Kurmitglied aus. Aber wird schon besser. Ja, ich kann es. Welchen? Was macht es? Guck mal, wo wir? Guck mal, wo wir? Neuermann ist alles unter Kontrolle. Jeder der im Boot hat weiß von dem Moment, es läuft alles wie am Schnürchen bis auf Scheiße vergeht meistens nicht viel Zeit. Und so ist es uns dann auch relativ zügig ergangen. Keine Stimmereparatur, wenn du eine Presse am Start hast, aber wer hat die schon auf dem Boot? Also bin ich dann losgezogen und habe aber auch jemanden gefunden, Paris-Francois, besten Dank nochmal, netter Franzose. Wir haben zwar ein bisschen Zeit gebraucht, um warm zu werden, aber der hat es dann nachher gerichtet. Am Ende hat uns die ganze Pumpenaktion ungefähr eine Woche gekostet, hätte aber Stimmer kommen können. Wetter war super, Wasser war super, also aussitzen, reparieren, weitermachen. Haufen mit Chirmes hat man auch nicht oft. Wie gesagt, hätte Stimmer kommen können, dann im Atem konnte man es gut aushalten. Wir haben Zeit gehabt, probierend auszufüllen und gab er auch alle an schöne Sachen, die wir uns da anschauen. Und so, aktuell, 9.45 Uhr, 8.30 Uhr sind wir heute losgefahren mit der neuen Sebastian Bumpe. Ein bisschen schaukelig heute. Und jetzt sind wir gleich auf dem Weg, fahren an Port Bacarees vorbei, wo wir eigentlich letztens den ersten Stopp machen wollten. Räuft ganz gut bis jetzt. Ein bisschen ungünstiger Wind für uns heute. Die Welt kommt ziemlich von der Seite. Wir korrigieren schon mal ab und zu den Kurs, damit er nicht ganz so schaukelt. Aber wir holen auch nicht zu viel Zickzack fahren, sonst haben wir einfach nachher zu viele Meilen oben nach oben. Erstmal hier bei der Steuerfrau gucken, ob hier alles Tutti Frutti ist. Welcher Kurs? Alles klar, Kurs halten. Alles klar, Kurs halten. Kurs halten. Kurs halten. Kurs halten. Los Verst poo halten. 코ulu 이런 건 also war's Luc很有 Duas. Dann Bildas beinsernij Keil. Kurs halten. Kurs halten im alta W000. Das auch nehmen. So, wir sind heute in Fort St. Louis angekommen, wollten eigentlich heute schon in die Rhone reinfahren, hat aber aus keine Ahnung, scheiß Zeitgründen alles nicht hingehauen, deshalb bleiben wir jetzt heute noch hier und wir haben für morgen früh 6.20 Uhr einen Schleusentermin. Jipp ja jäh, damit hätten wir das Mittelmeer dann schon mal abgefrühstückt gehabt, was auch nicht allen von uns so gut bekommen ist, zumal die Mädels zwischendurch ganz schön blass gewesen sind, war aber auch mal heftig gewesen mit dem Wellengang, wir haben einmal einen richtigen Sturm gehabt mit ungefähr 3,50 Meter hohen Wellen, also die Wellen, die waren echt hoher wie die Flybridge oben, rot war teilweise zu zwei Drittel aus dem Wasser, hat gar keinen Spaß mehr gemacht, haben wir dann auch abgebrochen. Ansonsten war die ganze Rundfahrerei auch im Mittelmeer, auch bei schön glattem Wasser nicht so entspannt wie im Video, außer nach an diesen 3 Trillionen Bojen, die die Fischer da ins Wasser reinschmeißen und ist ja egal, ob du 5 Meilen oder 10 Meilen weit weg bist vom Ufer, teilweise hast du echt so viele Bojen da drin, da kannst du im Prinzip bis zum Uferloh. 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 gemeistert. Damit wäre auch die erste von insgesamt 189 Schleusen passiert. Ist aber alles kalter Kaffee. Die Schleusen kann man durchaus absolut als Komfortschleusen bezeichnen. Richtig spannend wird es erst später. Lasst euch überraschen, ihr werdet es sehen. Ohne Flachs die ersten Stunden auf Harone. Da war nichts los. Also uns ist nicht ein einziges Schiff entgegengekommen. Kein Paddelboot, kein Angler, kein Frachter. Da kam echt schon der Gedanke auf, ist die Zungen wie Apokalypse eventuell schon passiert und wir haben die verpennt. So jetzt sind wir glaube ich in Europas höchster Schleuse. Ein wahrhafter Hölschlund. So, nicht auszuhalten. Heute läuft alles Sahne. Auf jeden Fall bis jetzt. Wir haben heute schon drei Schleusen passiert und jetzt sind es noch so anderthalb Stunden vielleicht knapp bis zu unserem, bis wir unser Tagestiel erreicht haben. Und dann gibt es erstmal ein kaltes Bier. Wir sind am anderen Morgen hochmotiviert weitergefahren, aber was soll ich sagen, der Blitz ist eingeschlagen. Diesmal hat es dann die andere Seewasserpumpe auf der Streuervorzeite erwischt. Ja, wir sind dann einen kleinen Hafen angefahren in Viviers. Das ist so ein ganz kleines, schnuckeliges Dörfchen in Frankreich. Gibt es Burgen, Schlösser. Tolle Landschaft und auch ein paar Einwohner und ein paar Restaurants. Aber keine Werkstatt und blöderweise auch keinen, der irgendetwas kann. Ja, die Leute, wie wir es am Hafen, alle, die wir da kennengelernt haben, waren wirklich total hilfsbereit, um zu vorkommen. Nur leider, wie schon gesagt, konnte da keiner was. Besonders sollte man aber auf jeden Fall noch mal die nette Hafenmeisterin, die Selina erwähnen. Hätten wir die nicht gehabt, dann würden wir da jetzt vermutlich immer noch rumschimmeln. Wie wir. Michael und Moni reisen leider gleich ab. Moni bereitet sich noch mental auf die Zombie-Apokalypse vor. Die ist nämlich heute in Lyon. Weiß noch keiner, aber ich habe eine Insider-Information. So, Leute, die aktuellen Meldungen. Brand aktuell aus Frankreich hier. Ja, unsere Crew hat sich heute leider verkleinert. Michael und Moni sind heute abgereist. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ja, ein bisschen doof. Wir hätten die Türe total gerne zu viert abgeschlossen. Vor allen Dingen die spannenden Passagen auch mit den Tunneln und mit den Brücken. Aber die beiden haben natürlich auch Anschlusstermine und auch schon wieder den nächsten Urlaub am Start. Ja, haben wir die Pumpe nach Deutschland geschickt. Ich glaube, das war vorgestern gewesen. Per Express für entspannte 154 Euro. Da sollte man eigentlich erwarten, dass irgendein kleiner Franzose sich das Ding entschnappt, sofort dann mit zum Flughafen rennt, ins Flugzeug schmeißt und rubbel die Katz ist das Teil dann in Deutschland. Aber im Arsch vom Wegen. Da ticken die Uhren hier irgendwie anders. Für uns heißt das, morgen früh direkt um 9 Uhr der Hafen muss wieder Komplimente machen, sagen, dass die richtig toll aussieht und dass das die geilste Schnecke ist, die hier rumrennt. Ja, und dann wird die hoffentlich nochmal da am Paketservice anrufen und den Philomännern erklären, was jetzt hier Phase ist. Also keine Ahnung. Erklärt sich mir nicht, warum das nicht weg ist. Ich denke mal, das hat dann hoffentlich morgen irgendwie zum Abschluss. So, heute morgen ich zur Hafenhaus. Viele Komplimente gemacht. Ich dachte, die Hafenhaus hat lange telefoniert, echt mit Warteschleifen 45 Minuten ungefähr, hat alles gegeben und dann haben die erst mal gesagt, jo, läuft. Also habe ich erst mal gedacht, alles tutti frodi. Am Ende lief in Frankreich natürlich mal wieder nichts außer die Nase. Komplimierte Version, Paket abgeholt bei Krono Post und dann erfolgreich mit UPS nach Deutschland geschickt. So, lange Wartezeit. Endlich eine Erfolgsmeldung. Die Pumpe ist fertig. Und dafür kann ich Jakob und beste Bernd gar nicht genug danken. Ja, die beiden haben alles gegeben. Ohne die wären wir hier voll versackt. Und deshalb nochmal beste Bernd, beste Jakob. Vielen tausend Dank, dass ihr das Ding fertig geschraubt habt. Ja, morgen geht die raus und dann kann es ja auch schon bald wieder losgehen. So, ein spannender Tag geht zu Ende. Aber kaum zu glauben, die Pumpe ist nicht nur gekommen. Ich habe das Biest auch eingebaut. Ja, alles läuft, alles ist dicht, nirgends wo läuft was raus. Ich würde sagen, die Aloha ist bereit für die nächste Etappe und wir sind das auch. Wir müssen einfach mal schauen jetzt. Morgen ist leider Starkwind und Starkregen und Dauerregen angesagt. Irgendwas ist ja immer. Aber da sind wir jetzt einfach mal flexibel. Wie immer. Entweder morgen ist alles gut, dann fahren wir los oder Wetter ist voll scheiße. Dann bleiben wir einfach noch one more day im herrlichen Vivias. Tschüss Vivias. Jetzt geht es endlich weiter und auf allerhöchste Zeit. Ich denke mal noch so ein, zwei Tage länger, wie wir jetzt dann Henni und Beide zur Delfin-Therapie anmelden müssen. Boot war super, Wetter ist toll, also volle Pulle, ab nach Lyon. Ich bin jetzt auf. Drei, zwei Tage. Drei, zwei Tage. Drei, zwei Tage. Jetzt sind wir gerade in die Sola eingefahren. Die Rhone ging rechts weiter, wir sind links in die Sonne, oder Sonnen, wie die Franzosen sagen, blau. Das sieht ganz schick aus, hier viele Hausbuchchen ging hier rum. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier ist unsere Anlegestelle für die Nachträute, eine kleine städtische Anlegestelle mit einem angeschlossenen Campingplatz. Wasserstrom gibt es, morgen kriegen wir sogar Croissants und ein Baguette geliefert, Astrain. Hier nochmal ein schöner Aussichtspunkt, Trevaux von oben. Daran geht es morgen weiter. So. 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 regen regen nichts als regen heute losgefahren sind hat es geregnet hat mal kurz aufgehört aber meiste zeit hat dann volle pulle geplästert irgendwie habe ich nachher gedacht ich bin schon hypnotisiert von dem scheiß scheibenmischer aber zwischendurch hat es dann auch mal wieder man hat da mal aufgehört alles klar kreditkarte rein in das ding schnorchel rein ich sag zu juta lass gehen ich gehe im motorraum gucken da ist so ein füllröhrchen da kann ich genau sehen wann die beiden unkels voll sind aber tatsächlich irgendwie nicht wirklich viel also wenn ich mit dem schlauchboot tanken gehe keine ahnung dann passt er vielleicht mit der tankgeschwindigkeit immer kommen ansonsten wenn sie da voll bei ein die ganze tankaktion hat uns dann so ungefähr echt glatte zwei stunden gekostet bis er mal fast voll gewesen ist ja und dann sind wir weiter gefallen und jetzt sind wir nicht in toulouse sondern in toulon guten stich gekriegt hier so ein stadtstich wieder mit strom wasser hast du nicht gesehen gerade mal bei lidl shoppen gewesen und morgen hoffen wir auf besseres wetter haste zahle bist du Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind dann irgendwie nach Sorlo, keine Ahnung, in irgendeinem Fachfranzenteil gekommen. Im Hafen leider kein Platz mehr frei gewesen, aber wir haben dann noch hier wieder so ein Stadtanleger ein Plätzchen bekommen. Da habe ich dann glaube ich, ich denke mal ein 15 Meter Boot in 14 Meter Liegeplatz eingeparkt, hat irgendwie funktioniert, war aber spannend. So, nachdem die letzten Tage alles total wie am Schnürchen lief, waren wir jetzt auch hochmotiviert und haben gedacht, heute kriegen wir wieder gut Meilen hin, kommen die ersten engen Passagen und morgen sind wir vielleicht schon bei den Tunneln. Ja, heute Morgen der Wecker, 7 Uhr, zicki zacki, aufgestanden und das haben wir dann draußen gesehen. So, der Nebel hat sich ja noch erstmal nicht aufgelöst. Dann hat Jutta gesagt, komm, ich gehe nochmal eben zum Supermarkt, gucke nochmal links und rechts und ich sage, alles klar, ich gehe in meinen Motorraum, ich gucke auch nochmal links und rechts. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich weiß auch nicht, vielleicht prübe ich mal Getriebeöl, warum auch immer, war so eine Eingebung und um da zu prüfen, musste halt den Motor laufen lassen. Ja, wo die dann so liefen oder der erste dann so lief, speziell der, wo der erste Franzmann die Pumpe repariert hat, habe ich gedacht, na nun, was läuft denn da aus der Pumpe raus? Könnte Wasser sein? Nicht gut. Ich sage mal so, irgendwie in einer Sekunde zwei, drei Tropfen. Die Frage, die sich dann gestellt hat, war, tropfen lassen oder abdichten, also für die Techniker unter uns. Hinten ist ein Impeller, da kommt eine Welle raus und danach kommt eigentlich erst das eigentliche Lager. Ich habe mich dann für Abdichten entschieden und habe dann einfach in so eine, ich nenne die jetzt mal einfach, hallo, bald gehe ich kaputt, Bohrung, wo Wasser raustropft, bevor die ins Lager kommt, habe ich dann einfach Sikaflex reingepresst, um einfach da das Wasser abzuhalten, weiter ins Lager reinzufließen. Ich bin jetzt eigentlich auch guter Dinge, dass das funktioniert. Wenn das Ding jetzt trotzdem irgendwann mal Schrott gehen sollte, kein Problem. Beste Bernd hat uns ja auch ein Teestück und Mörderschlauch dabei gegeben, also irgendwie geht es auf jeden Fall weiter. Morgen wird es nicht weitergehen, so viel können wir schon sagen, weil Windböen hier bis 60, 70 kmh angesagt sind. Und riesiger Fallregen, keine Ahnung, bleiben wir halt noch einen Tag länger, da muss ich mich da draußen ordentlich am Boot hinstellen und durch die engen Passagen in den Schleusen manövrieren. Show must go on. Gestern hatten wir absolut super Überraschungsbesuch, mein Bruder ist auf dem Weg nach Spanien mit dem Wohnmobil und er hat uns dann geilerweise gestern besucht. Total klasse, haben wir einen schönen Abend gehabt, kann man fast nicht probieren. Das Gute ist, jetzt ist endlich Schluss mit Bonjour, Monsieur Schleusen-Bertheir, denn die Schleusen jetzt kommen, die müssen wir erstmal alle selber bedienen. Dafür werden die jetzt zusehends aber auch alle kleiner, aber ich würde sagen, noch sind wir von den Größen her im Absoluten Vormodus. Rechtsdrehen. Gut. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, umso breiter darf hier nichts sein. 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 Und wir sind heute echt gut vorangekommen. Insgesamt heute acht Schleusen, 100 Kilometer und den Crazy Tunnel haben wir auch hinter uns gelassen, wo bester Hafenmeister zu Recht gesagt hat, It looks like a Dampsspiegelung, Harald, it looks like a Dampsspiegelung, it's really so. Ja, heute alles voll runtergestrippt hier, alles abgebaut, was abzubauen ist. Rehling ist weg, Bügel ist auch weg, kein Lenkrad mehr, keine Engine Controls mehr, Kompass ausgebaut, Ruderstandsanzeige ausgebaut und der Geräteträger liegt jetzt vorne auf dem Vorschiff. Jetzt haben wir ein bisschen Glück mit unserer Platzwahl hier, weil hier gegenüber in dem Gebäude da, da ist das Büro vom VNF. Da stratze ich morgen früh noch mal kurz rüber und sage, hey, bonjour, Monsieur VNF, was ist denn so los auf dem Kanal? Und die werden mir dann wohl definitiv was sagen können. Kaum zu glauben, aber wahr. Heute Morgen ist es auf jeden Fall wahr geworden. Im Internet war zwar alles ziemlich grün gewesen, heute Morgen dann zum Büro, zum VNF. Ich sage immer Leute, bonjour, Monsieur, Dames, VNF, wie sieht es denn aus auf dem Vorgießen-Kanal? Ist denn da alles so grün, wie es bei euch auf der Webseite auch ist? Ja, da haben die alle mal so ein bisschen wild telefoniert und haben dann gesagt, ah, ja, nee, der ist tatsächlich gesperrt. Irgendwo in der Mitte machen, die eine Reparatur, die wäre erst im Winter dran gewesen, aber weil wenig los ist im Moment, haben sie die halt vorgezogen. Jo, sage ich, dann haben wir wohl nur noch eine Option, dann fahren wir halt durch den Rhein-Rohne-Kanal. Sagen die, jo, wir gucken mal, guck, guck, links, rechts, nochmal telefoniert, dann sagen die, alles klar, kannst du jetzt noch machen. Aber tröde nicht rum, weil ab dem 12. November wird der nämlich auch gesperrt. Ich meine, dann müssten wir da allerdings lange durchsachen. Okay, haben wir gesagt, machst du nix. Ist halt eben so, und dann müssen wir nochmal zwei Tage zurückfahren in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Dann geht es dann in den Rhein-Rohne-Kanal rein. Und ich habe die ganze Zeit schon so geguckt im Wasser. Das ist ja alles Krötenpisse, wo du hier durchfährst. Das sieht so aus wie pürierter Froschmeiß in den Kanälen, in den Häfen. Wenn du da mal reinguckst, da wachsen auch schon Tannenbäume. Die sind ja schön, ne? Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich da mal irgendwas in so einem Filter festsetzt. Ja, und genau so ist es natürlich dann gekommen. Wir fahren so da lockerflockig vor uns hin. Da sage ich, hör mal, irgendwie die Temperatur da so steuerbohrt, sieht gar nicht mehr so richtig klasse aus. Da stimmt wohl gerade nicht, ne? Da müssen wir mal gucken. Also haben wir uns so einen Steg an so einem Baum gesucht. Die sind hier überall. Ja, und dann haben wir mal den Seewasserfelder ausgepackt. Und das ganze Froschpüree, was hier so rumschwimmt, das war natürlich dann darin. Sauber gemacht. Erstmal weitergefahren. Da kommt dann schon mal die Frage auf. Ne, wir haben jetzt mittlerweile haben wir so, glaube ich, 360 Euro Flussmaut bezahlt. Ist so wie Autobahnmaut, musst du nur am Wasser machen, ne? Die Frage ist eigentlich, wofür, ne? Wenn du dir den Zustand hier so anguckst, von dem ganzen Laden. Dann würde ich sagen, Harald, du hast vollkommen recht. Außer Camembert können die Franzosen eigentlich nicht viel. Gut, irgendwie ging es danach wieder weiter. Da waren wir wieder so ein bisschen happy drauf. Haben gedacht, alles klar. Haben schon einen Hafen geguckt, wo wir dann heute wieder bleiben. Leider nochmal Temperaturproblem. Aber diesmal andere Ursache. Auch kein blöder Baumstich da gewesen. Also haben wir dann mal geguckt, ob unser Anker funktioniert. Funktioniert, hatten wir natürlich vorher schon getestet. Und haben mal eine kleine Ankerpartie gemacht. Die Ursache war diesmal gewesen, verstopfter Ölkühler. Da haben sich so Kalkablagerungen vorgesetzt. Hatte ich schon mal gehabt in Emporia Brava, wo wir damals vorher getestet haben. Da habe ich den ganzen Rotz mit dem Kompressor, den ich jetzt auch an Bord habe, losgepustet, durchgeblasen mit 10 Bar. Nur leider habe ich jetzt keine 220 Volt am Start gehabt. Aber improvisieren ist ja eines meiner größten Stärken. Wir haben dann die Pumpe genommen vom Schlauchboot zum Aufpumpen. Habe ich ein paar Adapter gebaut. Habe die am Ölkühler angeschlossen. Ja, ein bisschen mit dem Draht rumgepopelt. Und dann ordentlich gepumpt. Kommst du so auf hier, bar. Alles wieder frei gekriegt. Und so konnten wir dann unsere Fahrt auch fortsetzen. Morgen mache ich da jetzt nochmal einen Mastercheck im Motorraum. Gucke mich da nochmal genau an. Puste da nochmal richtig mit Pressluft durch, ob ich da noch irgendwann an Kalkrückständen sehe. Und dann sind wir wieder gut gelaunt und fahren Richtung Rhein-Rohne-Kanal. Also, hasta la vista. Die Dichtung ist da heute. Oben ohne oder Rhein-Rohne. Wir haben uns dann heute mal für Rhein-Rohne entschieden. Anders ging er jetzt auch nicht. Und heute Morgen ging es dann los. Pünktlich um 8 Uhr, wie es im Reiseführer oder besser gesagt in der Flusskarte stand, haben wir vor der Schleuse gestanden. Aber auch nur da gestanden, weil die machen nämlich erst um 9 Uhr auf. Ist halt so gewesen. So 5 vor 9 kam dann der Schleusenwärter, Hoshi, dann raufgetrabt. Und hat erstmal gesagt, hey, 9 Uhr, 9 Uhr. Dann haben wir erst gedacht, oh, Grieskram, keine Ahnung. Aber nachher ist er doch noch ein bisschen locker geworden. Ja, dann kriegt man hier so eine schicke Fernbedienung in der Hand gedrückt. Die ist sogar deutschsprachig. Kurze Einweisung. Die hat auch drei Brocken Englisch und drei Brocken Deutsch gesprochen. Und dann konntet auch schon losgehen. Ja, nach der ersten Schleuse, die noch so ungefähr 5,20 Meter war, wie die anderen auch. Komfortmodus kann man ja erst mittlerweile sagen. Haben wir dann nicht schlecht gestaunt, wo wir durch die zweite durchgefahren sind. Die sind dann nachher nur noch irgendwie 5 Meter. Da finde ich, solltest du eigentlich an der Schleuse so einen Pott Vaseline ausgleichen nicht kriegen, wo du den Kamin einschmieren kannst. Aber vermutlich fährt hier auch nicht so oft eine Ferretti durch. Alles in allem kann man aber sagen, absolut landschaftlich schon toll. Abwechslungsreiche, super eng, manchmal echt so 90 Grad kehren. Wir haben auch ein paar Mal Gegenverkehr gehabt. Eigentlich immer ein bisschen Glück gehabt, dass da noch irgendwo eine Ecke war, wo man sich so reindrücken konnte und der andere auch. Aber auch ziemlich anspruchsvoll zu fahren, muss man einfach sagen. Aber auch ziemlich anspruchsvoll zu fahren, wo man sich so reindrücken kann, wo man sich so reindrücken kann. Aber auch ziemlich anspruchsvoll zu fahren, wo man sich so reindrücken kann. Bis zum nächsten Mal. Kann ich noch nicht ragherbevoll sein? Ja, weiter. Ja, weiter. Ja, gestern hatten wir eine recht anspruchsvolle Etappe gehabt. Das lag daran, dass Wassertiefe irgendwie kaum vorhanden ist. Auf den Flüssen auch, wo es breiter war. Echolot hat sich totgepipst. Ich glaube, teilweise hat er gar nichts mehr angezeigt. Und ich habe aus dem Fenster geguckt unten und konnte echt die Felsen sehen. Fand ich gar nicht so richtig klasse. Auf den Zubringerkanälen dann war es auch nicht viel besser. Und ja, überall katastrophemäßig Blätter, pürierte Frische, keine Ahnung, was alles drin ist. Deshalb auch der übliche Boxenstopp. Diesmal haben wir den einfach in der Schleuse gemacht. Dauert jetzt auch nur noch zwölf Minuten. Aber ich werde noch auf dem Weg zu unserem Tagesziel. Ja, sind die Kanäle dann auch immer enger geworden. Das sah schon fast aus, wie man gerufen will. Und ich habe gedacht, wenn jetzt hier gleich noch ein Krokodil um die Ecke kommt, wird mich das auch nicht großartig wundern. Angekommen sind wir dann. Ja, schöne kleine Anlegestelle. War gemütlich. Sind noch mit Leuten ins Gespräch gekommen, die wir zwischendurch überholt hatten. Wir sind dann auch etwas später hier eingelaufen. Die erzählten mir dann noch, dass die nämlich irgendwo festgesteckt sind, weil kein Wasser mehr da war. Und hier am Hafen ist es auch relativ flach. Also die haben etwas mehr Tiefgang wie wir. Und die wollten dann ihr Boot ranziehen. Klappt aber nicht, weil das schon feststeckte. Klappt aber nicht, weil es nicht mehr Tiefgang ist. Oh Es kam so, wie es kommen musste. Nachdem wir dann heute unseren Zielhafen hier erreicht haben, haben wir gedacht, oh, alles cool, jetzt sind wir Deutschland wieder ein Stückchen näher gerückt. Hat uns hier ein netter Schweizer angenommen und hat gesagt, ey, Alter, hier ist Endstation, hier kommst du nicht weiter. Die nächsten zwei Brücken überlebst du nicht mit dem Kahn. Da sage ich, kein Problem, habt doch gefragt vorher beim VNF. Die haben gesagt, 3,50 läuft. Da sagt der, nee, nee, vorne 3,35, da geht nichts mehr. Wie also mit dem Auto hin, gemessen. Ja, was soll ich sagen, Maßmann sagte, ihr geschmeidige 3,45, das hätte also so nicht gepasst. Ich hatte aber heute Abend noch einen netten Plausch mit Mrs. Schleusen-Vereter. Mr. Schleusen-Vereter war nicht da und die waren super cool. Ich sage, hallo, die guckte mich nur an und sagt, you are Mr. Aloha. Ich sage, jo, woher weißt du das? Wusste ich schon seit drei Stunden, dass dann keiner nicht drunter passt. Die sind so nett und lassen morgen hier das Wasser ab, so viel, dass das passt. Daher stimme ich heute mal nicht so viel auf die Franzosen, weil es gibt ja auch nette. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, das mit dem Wasser ablassen würde in Deutschland nicht gehen, ohne dass Greta Thulberg hier aufläuft und sagt, hey, Hilfe, Hilfe. Hier sterben gleich drei Fische und da sind ein paar Molche trockengelaufene. Also, gute Aktion. I hope the best for tomorrow. Und sage bis dahin, Aloha. Das Motto des Tages war, entweder du gehst an eine Krücke oder du fährst unter die Brücke, alter. Und hat gefunst, volle Pulle. Heute Morgen pünktlich 9 Uhr abgelegt. Wir waren ein bisschen wischiwaschi nervös gewesen, ob der Schleusenwerter sein Wort hält oder auch nicht. Aber was soll ich euch sagen? Hat er gemacht. Und er hat sagenhaft, grandios, unglaubliche 20 Zentimeter Wasser aus dem Kanal abgelassen. Also sind wir easy peasy, schwuppdiwupp, unter die Brücke drunter. Besser konnte er nicht laufen. Von daher nochmal besten Dank an Monsieur Schleusenwerter und Mrs. Schleusenwerter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir seit zwei Tagen im Elsass. Und siehe da, jetzt sind wir schon zweimal über eine Brücke drüber gefahren. Fand ich auch ziemlich spacey. Und wir sind jetzt in dem Kanalbereich, wo die Automatikschleusen geendet haben. Und seit gestern begleitet uns jetzt ein freundliches Team von Schleusenwertern. Heute waren da sieben Stück und fahren mit uns von Schleuse zu Schleuse. Das Wetter war heute ein bisschen bescheiden. Öfter mal gerechnet zwischendurch. Morgen soll es auch noch so sein. Aber wir verbauen stark aufs Wochenende. Da sind schnuckelige 25 Grad angesagt. Freuen wir uns drauf. Und bis dahin. Allo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wir sind 24 Schleusen. Wetter. Oh, mäßig kacke. Viel Wind auch dabei gewesen. War echt nicht einfach immer rein und raus zu fahren. Aber am Ende ist wie immer alles gut geworden. So, goodbye for us, you have to say, baby. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hinter der letzten Schleuse war noch ein bisschen tricky zu fahren. Also ziemlich viel Strömung kam uns ja geschwindigkeitsmäßig auch zugute. Aber auch ziemlich viel Querströmung irgendwie musste viel Lenken und der Verkehr ist auch immer dichter geworden. Aber ansonsten sind wir durch die letzte Schleuse gefahren und sind jetzt wieder in Good Old Germany. Landschaftlich sieht es auch ein bisschen anders aus. Man könnte fast sagen, teilweise so wie in Essen-Krey oder in Duisburg am Innenhafen. Man muss mal links rechts gucken, hast du hier eine Fabrik, deine Fabrik, noch ein Kran. Die Polizei ist auch ab und zu mal hier so ein bisschen rumgefahren, aber die hatten kein Interesse an uns. Fand ich auch nicht schlimm und gewunken und weiter geht's nach vorne. So, unser Tagesziel war der Jährt-Club, den werde ich auch nicht vergessen. Den fahre ich auch nicht mehr an. Ich finde, man sollte auch irgendwie einen roten Punkt auf der Karte machen. Weil wenn ich zu Hause bin, schneide ich den auch genauso raus. Ich sage jetzt auch noch, warum das so ist. Die machen ja auf ihrer internen Seite darauf aufmerksam, okay, 15 Meter Boot funktioniert. Schmale Hafeneinfahrt, 10 Meter, gegen Strom anfahren, hätte ich sowieso gemacht. Dann rein und dahinter erwartet dich dann auch der Besucherstich. Wir sind jetzt ganz schön weit gekommen, aber ich hätte das Boot heute fast geschrottet hier an der Wand. Wir also locker gedreht, gegen den Strom rein, in die Einfahrt. Fette Unterströmung irgendwie gekommen. Volle Pulle rückwärts. Ich habe die Wand schon gesehen, war schon sehr knapp. Dann sind wir flott in den Hafen, wieder volle Pulle vorwärts rein. Und da habe ich nur noch einmal mit den Augen gekullert, weil dann war da auch schon der Besucherstich vor uns. Also wieder Vollbremsung, Jutta schmeißt ein Seil drum. Passt, eingeparkt. Habe ich einmal gemacht, mache ich nie mehr wieder. Morgen haben wir uns schon überlegt, wie wir hier wieder rauskommen aus dem Hafen. Weil du hast das gleiche Spielchen nur rückwärts. Du fährst raus, hast direkt die Querströmung vom Hafen und die Beruerschifffahrt, die von Backbord kommt quasi. Die schleichen hier echt so 10 Meter an der Hafeneinfahrt vorbei. Ist so ein bisschen russisch Roulette. Ja, morgen neuer Hafen, neues Flug. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir bleiben. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Übermorgen auf jeden Fall sind wir in Koblenz. Da bleiben wir eventuell sogar einen Tag länger. Da kriegen wir auch noch Besuch. Simone wird dazusteigen, Gütters Tochter. Da freue ich mich schon drauf. Und dann fahren wir den Rest dann zu dritt. Und wer weiß, was noch passiert. Bis dahin kann ich nur eins sagen. Aloha. Das ist definitiv das Zeichen, dass wir heute erfolgreich auslaufen. Auslaufen nicht. Also die Berufsschiffe fahren da echt so 20 Meter an der Sprintwand vor dem Hafen vorbei. Kannst du nicht reingucken. Jutta hat sich dann ganz vorne mit Schwimweste schon hingestellt. Und ich bin langsam vorgefahren und dann Zeichen gegeben. Und dann sind wir raus. Aber irgendwie alles ein bisschen Glücksspiel gewesen. Die Untertitelung. BR 2018 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 Ganz schön was los da oben rein. Muss man mal einfach so sagen. Richtig viel Strömung und richtig viel Verkehr. Aber auch richtig, richtig super so zum Angucken. Die ganzen Weinberge und die ganzen Bürger und Schlösser. Wäre im Sommer bestimmt noch viel, viel schöner. Aber war so auch schon echt beeindruckend. Heute liegen wir im Hafen Kaiser Wilhelm. Das ist hier direkt an der Burg Ehrenbreitstein. Liegeplatz noch gekriegt mit Hängen und Würgen. Ist aber auch ein Gurkenhafen irgendwie wie schon ein, zwei andere. Ganz einfach, weil da keiner ans Telefon geht. Und da muss man einfach sagen, warum haben wir den besten Hafenmeister? Weil da kannst du anrufen, da geht auch einer ans Telefon, der kümmert sich. Nützt nichts, wenn du eine super Webseite hast. Aber erreichst halt keine. Kannst du alles knicken. Ich habe mich dafür gefragt, warum ist das zu? Warum erreichst du da keinen? Warum sind die so doof? Und ich habe die Erleuchtung ganz klar. Seit heute sind wir jetzt auch wieder dann zu dritt an Bord. Die Monis wurde da eingecheckt. Haben wir heute Nachmittag vom Bahnhof abgeholt. Da haben wir noch lecker essen gewesen. Deutsche Schnitzel mit Bommes. Jägerschnitzel. Habe ich voll Bock drauf gehabt. War richtig gut. Ja, und morgen fahren wir dann weiterhin rein und runter. Ich glaube, unser Zwischenziel ist Leverkusen, wenn ich jetzt mal so richtig auf dem Plan habe. Ja, ich bin gespannt. Wetter soll morgen ein bisschen bescheiden sein, aber wir machen das Beste draus. Und ich sage bis moin. Aloha! Wetter soll morgen ein bisschen bescheiden sein, aber wir machen das Beste draus. Wetter soll morgen ein bisschen bescheiden sein. Wetter soll morgen ein bisschen bescheiden sein. und ich kann nicht sagen wir waren nicht schlecht überrascht der weltbeste hafenmeister die weltbeste hafenmeisterin thomas und marike waren noch hier gewesen und das war natürlich echte börner und ja da kann ich nur sagen das war eine echt fette überraschung habe ich mich total gefreut und wir verabschieden uns für den heutigen tag und freuen uns auf morgen und sagen so goodbye for us you have to save it baby it doesn't take so close you wanna try baby i know you can i know your heart and you will figure out you love me now, now, now now, now, now love you now i gotta leave you love me now, now, now now, now love you now i gotta leave you gotta leave you gonna you gotta leave you gotta die you gotta you gotta you gotta I know you can, I know you're hard And you will figure out You love me now, now, now Now, now, now Oh, you know I gotta leave you Now, now, now Now, now, now Oh, you know I gotta leave Oh, now 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 Ja, wir sind jetzt beide ein bisschen gespannt, wie es dann morgen zu Hause sein wird, wieder mit festem Boden unter den Füßen und ja, es ist ein ganz komisches Gefühl, dass die Reise und das Abenteuer jetzt auch vorbei ist. Zwei Monate, zwei Tage waren wir jetzt unterwegs gewesen. Ja, aber es heißt ja nicht umsonst. Nach der Reise ist vor der Reise. Und deshalb sage ich mal erstmal, bis auf Weiteres. Macht's gut. Vielen, vielen Dank nochmal an alle. Bis dahin. Aloha. Oh, jeige. Oh, jeige. Bis zum nächsten Mal.